Jetzt hat man gerade ein Fail, aber naja, scheiß drauf, diesmal hole ich mir ihn jetzt. Silent Kill. Wir werden jetzt einfach mal durchrushen. Ach du Scheiße. Boah, hat mich dieser Scheiß jetzt gerade erwischt. Guter Schuss, Wrecker. Guter Schuss, Wrecker. Da sieht man halt noch die Bugs des Spiels. Kann man eigentlich erwarten, dass das nicht passiert, aber... Ich bin dabei, du Mongo. Nein. Nein! Tuh! Fuck ihr Mongols, ich brauche Ammo! Oh! Was machen wir jetzt? Das ist jetzt doch eine gute Frage. Ich meine, wir sind jetzt hier. Die anderen sind weggeflogen. Aber was machen wir? Oh, den habe ich aber gerade so noch erwischt. Nein! 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 Duh! Oh! 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 Wo sind sie denn? Ok! Okay! Das darf eigentlich nicht mehr passieren im Battlefield 4, dass die Leute durch die Mauern fallen. Okay, kein Stress, kein Stress Sieht gut aus alles bis jetzt Okay Kein Stress Wer schießt da auf mich? Kommt schon, Jungs, es geht weiter Es geht weiter, Jungs Lade, mein Leben Okay, Hammers Wo müssen wir es machen? Wieso soll ich den Hubschrauber sichern, wenn er doch schon weg ist? Das kapiere ich noch nicht Ich soll irgendein Ding sichern, was schon längst weg ist Da kann ja wohl nicht angehen Wo wird noch geschossen? Ich hab dich Die Sache ist gesichert Ja Wir gehen jetzt in den Heli, als ob nichts gewesen wäre Ihr habt Probleme, Jungs Jungs, raus geht's Tot Auf geht's, Röcker Was ist das, was ich glaube? Genau meine Kragenweite Fortress, hier Trunkstark 4, letzte Meldung wiederholen Wiederholen, können aktuelle Position nicht halten Ihr habt 30 Minuten für die Rückkehr zum Schiff Fortress, over Wubschrauber, über den Platz Wo? Legen wir uns jetzt also gerade mit dem gesamten chinesischen Militär an, oder was? Tja Können die nix Wollen wir jetzt hier raus, oder was? Okay Da war was Das tut so weh Aber ich heile mich ja immer schnell auf 100, das geht schon Probieren wir es mal Probieren wir es mal Was war denn das für eine scheiß Animation Ich bitte euch Leute So, weiter Ich wusste schon immer, dass wir uns irgendwelche Seeschlachten liefern werden Das war eng Ja, wir müssen ja wohl angreifen, Leute Ach, der Platz ist schon gesichert Alles klar, kein Stress, kein Stress Wir gehen weiter Komm Alter, was ist denn das im Battlefield? Panzer Panzer Naja, wir sind jetzt in der Gasse Okay Okay Oh, oh Sorry Leute, aber so kann ich das Spiel nicht spielen, wenn es die ganze Zeit laggt Ich muss mal schauen Was da so los ist Also bis gleich Bis gleich Bis gleich